Hallo, Servus. Servus. Freut mich, dass wir es heute geschafft haben. Ja, passt. Bitte sehr. Gehen wir es an. Wichtig ist, einen Ausweis hast du mit? Ja, alles. Ja, okay. Du fühlst dich auch gesund? Ja. Sehr gut. Und Essen und Getrunken hast du auch ausreichend? Ja. Sehr gut. Dann füllen wir jetzt gemeinsam den Fragebogen aus. So, hast du fertig ausgefüllt? Ja. Dann können wir noch ein bisschen essen. Den Fragebogen haben wir fertig ausgefüllt. Ja, alles aus. Es geht nun weiter zum Testen. Ganz wichtig, dass du auch die Spendeninformation gelesen hast. Ja. Alles aus. Okay. Da gehst du jetzt weiter ins Arztzimmer. Okay. Und ich gehe zwischendor rein. Grüß Gott. Bitte nehmen Sie Platz. Grüß Gott. Grüß Gott. Das schaut alles sehr, sehr gut aus. Auch Ihr Blutdruck ist in Ordnung, das Hämoglobin und die Körpertemperatur. Bei der Spende wird das jetzt so sein. Sie suchen sich, wenn Sie hineingehen, ein Bett aus. Ob Sie auf der linken oder rechten Seite spenden wollen, je nachdem. Die Blutspende selbst dauert ungefähr vier bis fünf Minuten. Wir nehmen dann 465 Milliliter Blut ab und wir füllen dann einige Blutröhrchen, weil wir das Blut auch im Labor testen. Okay. Nach der Spende ist es wichtig, dass Sie liegen bleiben, ein paar Minuten und sich noch ein bisschen erholen damit. Wenn Sie das Gefühl haben, dass im Kreislauf alles ganz okay ist, können Sie sich mal langsam aufsetzen, dann langsam aufstehen und in unser Spendercafé gehen. Im Spendercafé bitte ich Sie, dass Sie mindestens eine halbe Stunde sitzen bleiben und mindestens drei Becher Flüssigkeit trinken. Wasser, Apfelsaft, Cola, was Ihnen schmeckt. So, dann gebe ich Ihnen diese Papiere jetzt mit. Ich bedanke mich sehr für Ihr Kommen und alles Gute. Und Sie gehen jetzt bitte in den Abnahmeraum und suchen sich das passende Bett aus. Dankeschön. Dankeschön. So, die Spende ist nun abgeschlossen. Wie geht's dir? Alles gut vertragen? Ja. Sehr gut. Dann gehe ich jetzt auch spenden. Ja, recht angenehm, wie immer. Schmerzfrei. Sehr schön. Ich habe gar nicht gewusst, dass das nur eine dreiviertel Stunde dauert. Okay. Ich glaube, dass das viel länger dauert. Nein, es geht immer sehr schnell. Danke sehr. Ganz groß. So, dann lass es dir schmecken. Danke. Danke. Schon eine coole Totschnobel habe ich auch gekriegt. Cool. Ich hätte auch eine kriegen sollen als Erstspenderin. Na, ganz einfach. Du musst auch einen neuen Spender werden. Dann kriegst du auch so eine Tasche. Cool. Mach ich. Ja, natürlich. Süssspenderin. Ich bin Usefe. Ja, ja. Ich bin Heúng來.